Heute bin ich in Berlin unterwegs am Tempodrom, denn ich habe eine Fotoidee, die für mich so gar nicht typisch ist. Außerdem habt ihr die Möglichkeit in diesem Video etwas zu gewinnen. Viel Spaß! Wir haben heute optimale Bedingungen für das, was ich machen möchte, denn ich stehe vor dem Tempodrom und ich dachte mir, warum nicht mal ein bisschen Schwarz-Weiß-Fotografie oder vielleicht auch Langzeitbelichtung mit schönen Quellwolken, die dann am Himmel angezogen werden. Quellwolken sind da, Wind ist da, das heißt die Wolken bewegen sich auch schnell und es ist auch so ein Sonnenschatten-Spiel. Also eigentlich die perfekte Voraussetzung für das, was ich vorhabe. Jetzt muss ich mir nur noch die richtige Position aussuchen, weil ich möchte ehrlich gesagt nicht so ins Gegenlicht fotografieren, sondern eher mit der Sonne, deswegen werde ich wahrscheinlich einmal ums Tempodrom herumlaufen. Los geht's! Ich suche nach der optimalen Position und packe dann meine Sachen aus. Der Wind macht mir deutlich zu schaffen, denn ich habe Sorge, dass die Kamera auf dem Stativ nicht hundertprozentig still sein wird. So, ich glaube, ich habe die perfekte Position gefunden, denn wenn ihr euch das jetzt hier mal so anguckt, dann haben wir genau diese Schattenkante hier in der Mitte von dem Dach. Also das passt perfekt. Die rechte Seite ist ein bisschen dunkler, die linke Seite ist ein bisschen heller. Und gleichzeitig haben wir auch noch den Wind so stehen, dass die Wolken auch wirklich genau in diese Richtung hier ziehen. Bedeutet, am Ende sollte das hoffentlich richtig cool aussehen und wir haben durch diese Ziele in den Wolken auch noch ein paar richtig schöne Führungslinien drin. Ich bin gespannt, wie es am Ende aussieht. Bis zum nächsten Mal. Ich habe euch ja versprochen, dass es noch was zu gewinnen gibt und zwar geht es hier mal wieder um LoopDeck. Wer schon länger auf meinem Kanal unterwegs ist, der weiß, dass ich schon öfter mit LoopDeck eine Kooperation gemacht habe. Sie haben immer wieder ihr neuestes Gerät zugeschickt zum Testen und natürlich habe ich auch wieder verhandelt, dass ich eins davon verlosen darf. Das heißt, alles was ihr tun müsst, ist einmal unten in die Kommentare schreiben, dass ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt und schon seid ihr automatisch in der Verlosung mit dabei. LoopDeck hier, wie gesagt, mit der neuesten Generation das LoopDeck live und ich werde das Ganze natürlich nachher in der Bildbearbeitung mit euch gemeinsam nochmal testen. Das Setup, was ich hier verwende, ist eigentlich relativ einfach. Ja, ich habe einmal hier meine Kamera natürlich auf dem Stativ, denn ich mache eine Langzeitbelichtung und ohne Stativ würde die Kamera sich einfach immer wieder bewegen, was ja nicht gut wäre, dann wäre das Bild unscharf. Ich habe jetzt auf der Kamera mein 14 bis 24 mm Weitwinkelobjektiv, wobei ich jetzt hier bei 24 mm bin und dann habe ich vorne drauf insgesamt zwei ND-Filter. Einmal einen 10-Stop ND-Filter und noch dazu zusätzlich einen 6-Stop ND-Filter. Das heißt, ich dunkel das Ganze um 16 Blenden insgesamt ab. Und diese 16 Blendenstufen kann ich dann durch meine Verschlusszeit quasi wieder zurückholen. 16 Blendenstufen ist eigentlich fast ein bisschen viel. Ich muss jetzt in dem Fall ein bisschen mit dem ISO nach oben gehen, damit ich hier das Ganze korrigieren kann, weil ich möchte nicht länger als 30 Sekunden belichten. Denn 30 Sekunden sind für mich im Moment optimal, dass ich die Wolken von der Struktur her, von den Zieren her super finde. Wenn ich das jetzt ein oder zwei Minuten machen würde, diese Wolken bewegen sich so schnell, dann würde das wahrscheinlich am Ende einfach nur noch eine graue Soße sein. Und das möchte ich vermeiden. Deswegen 30 Sekunden. Dafür gehe ich dann mit dem ISO ein bisschen höher bei Blender 8. Ja, ich glaube im ISO bin ich jetzt bei 400. Das ist aber vollkommen okay. Außerdem habe ich jetzt noch mein Picture Control anders eingestellt. Das heißt, das Foto wird mir hier monochromatisch dargestellt. Also in Schwarz-Weiß. Bedeutet nicht, dass das Foto generell Schwarz-Weiß ist. Wir fotografieren ja im RAW-Format. Das wird nur auf dem Display so angezeigt. Aber dann weiß ich jetzt schon, wie das Ganze in Schwarz-Weiß aussehen könnte und habe eine viel bessere Vorstellung davon, weil ich mich jetzt nur noch tatsächlich auf die Form und auf die Helligkeiten konzentrieren muss. Ich fotografiere noch etwas weiter, um den optimalen Punkt zu erwischen, wo die Wolken genau die richtige Formation haben, damit es am Ende auf dem Foto richtig klasse aussieht. Insgesamt habe ich ungefähr eine Stunde damit verbracht, auf dieses perfekte Foto zu warten. Ich bin soweit fertig mit den Fotos. Es war sehr, sehr spannend, mal so ein komplett neues Themenfeld zu machen. Normalerweise fotografiere ich ja nicht mitten am Tag bei so harschem Sonnenlicht. Aber es war eine coole Erfahrung und jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Büro und bearbeiten das Bild mal auf verschiedene Art und Weise mit dem Loop Deck. Los geht's! So, ich bin wieder im Office und wir werden diese Bilder jetzt natürlich noch bearbeiten. Ich habe euch ja versprochen, es gibt heute eine Kooperation und zwar mit Loop Deck. Und ich habe von Loop Deck das neueste Gerät zugeschickt bekommen. Jetzt seht ihr das Ganze auch ausgepackt. Es ist das Loop Deck Live. Wenn ihr meinen Kanal, wie gesagt, schon verfolgt ein bisschen länger, dann wisst ihr, dass ich schon öfter mit Loop Deck diese Kooperation auch gemacht habe. Ich hatte unter anderem auch eine Kooperation zum Loop Deck CT. Da seht ihr mal den Vorgänger, also jetzt auch mal so Größenvergleich. Ja, alt und neu. Also das Ganze ist jetzt ungefähr, ich würde mal schätzen, um ein Drittel noch mal kleiner geworden. Und davor, ich bin ja ein Loop Deck User der ersten Stunde, ich habe ja noch hier das allererste Loop Deck. Das war noch wie so eine Art Tastatur quasi. Und ja, hier hatte man sehr viele einzelne Regler quasi und Knöpfe, die man bedienen konnte. Das war noch sehr stark nur auf Lightroom ausgerichtet. Inzwischen ist ja Loop Deck ein Device geworden, wo man sämtliche Programme mit einstellen kann. Also es geht jetzt nicht nur noch für Lightroom, sondern du kannst im Prinzip deinen kompletten Rechner damit steuern. Selbst wenn du nur in dem Finder oder in dem Dateiexplorer drin bist, selbst dann kannst du dir hier die einzelnen Knöpfe belegen und gewisse Befehle ausführen. Und das ist richtig cool. Da gibt es eine spezielle Software dafür, wo du wirklich jeden einzelnen Knopf belegen kannst, wie du möchtest. Das zeige ich dir auch gleich noch mal ganz kurz. Da gibt es aber auch andere Videos zu, die Kollegen schon gemacht haben, beziehungsweise gibt es auch eine super schöne Anleitung von Loop Deck direkt. Da will ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern ich möchte dir so ein bisschen zeigen, wie mein Workflow damit ist, wenn ich meine Bilder damit bearbeite. Wie gesagt, das Loop Deck ist inzwischen so klein geworden, dass es wirklich in jede Tasche passt. Also auch wenn du unterwegs bist, dann kannst du das theoretisch einfach mit einpacken und damit arbeiten. Die erste Frage ist jetzt an sich erstmal natürlich, die sich jeder stellt, brauche ich das eigentlich und wozu brauche ich es? Ich würde behaupten, dass ich damit eine ganze Ecke schneller bin, wenn ich mich damit ein bisschen eingearbeitet habe. Und zwar, wenn es dann darum geht, mehrere Bilder hintereinander weg zu bearbeiten. Wenn ich zum Beispiel eine Hochzeit fotografiert habe und 500 Bilder am Stück bearbeiten muss, die alle so den gleichen Stil haben. Aber wenn ich dann mit dem Loop Deck anfange und einfach im Workflow drin bin und nur noch die einzelnen Rädchen drehen muss, bin ich wesentlich schneller. Wenn ich jetzt ein einzelnes Bild bearbeite, dann sicherlich bist du wahrscheinlich schneller, wenn du einfach mit der Maus arbeitest in Lightroom und deine Regler da ziehst, wie du sie gerade brauchst. Also das ist ja so ein bisschen der Unterschied. Ich würde behaupten, man ist damit wesentlich schneller, wenn man mehrere Bilder bearbeitet. Wenn man bei einem Bild ist, dann kann man das auch ohne Loop Deck machen. Von daher für mich größte Anwendung, wenn ich Hochzeiten fotografiere oder wenn ich ein großes Kundenshooting habe, dann natürlich auch, dann bin ich da auch sehr viel mit unterwegs. Ich werde es dir heute trotzdem mal anhand eines Beispiels zeigen, was wir gerade eben fotografiert haben hier vom Tempodrom, wie man damit trotzdem bearbeiten kann. Ich werde das Ganze jetzt hier mal wieder anschließen. Das ist auch übrigens einer der Nachteile, was ich auch schon bei den Vorgängern immer bemängelt habe. Man muss das Ganze immer noch mit dem Kabel anschließen. Es gibt leider nach wie vor keine Möglichkeit, das Ganze über Bluetooth zu machen, was ich sehr schade finde. Das ist ein großer Knackpunkt, weil normalerweise habe ich hier auf meinem Schreibtisch echt wenig Kabel. Das einzige Kabel, was ich hier so wirklich habe, ist hier von dem Mikrofon. Das geht halt nicht kabellos, aber der Rest, Tastatur, Maus und so weiter, alles kabellos, nur das Loop Deck halt nicht. Das würde ich mir wünschen, wenn es dann irgendwann mal kommt, in dem nächsten Nachfolger, dass man das Ganze auch mal dann tatsächlich ohne Kabel hinbekommt. So, ich räume jetzt mal die anderen Loop Decks hier wieder runter. Die brauchen wir nicht mehr. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal die Kamera und dann zeige ich dir, wie ich hier mit dem Loop Deck in Lightroom richtig arbeiten kann. Los geht's. Du siehst jetzt hier auf dem Kameradisplay auch ganz gut, was ich hier mit dem Loop Deck mache. Man hat jetzt hier also verschiedene Tasten 1 bis 7, die ich verschieden belegen kann. Und jede Taste kann ich jetzt quasi hier mit einer anderen Seite mir anzeigen lassen. Also zum Beispiel auf der 1 sehe ich jetzt hier außen Temperatur, Exposure, also Helligkeit. Da kann ich jetzt mit den einzelnen Reglern beziehungsweise mit den einzelnen Drehrädchen drehen. Und dann siehst du auch jetzt hier zum Beispiel bei Temperatur, wie ich die Temperatur verstellen kann. Also das Ganze hier wird jetzt zum Beispiel wesentlich mehr ins wärmere gezogen. Wenn ich jetzt hier einmal einen Klick auf dieses Rädchen mache, dann wird das Ganze wieder zurückgesetzt. Also ich kann hin und her drehen. Das sieht man hier sehr gut. Und mit einem Klick auf das Rädchen kann ich das Ganze wieder zurücksetzen. Da ich jetzt weiß, dass ich das Ganze sowieso in einem Schwarz-Weiß-Stil bearbeiten möchte, wäre jetzt meine erste Vorgehensweise mal auf Black & White Dials gehen. Und dann einmal auf Color Mode und schon ist das Ganze im Schwarz-Weiß-Modus. Und jetzt kann ich nämlich hier mit diesen sechs Rädchen in dieser Schwarz-Weiß-Mischung noch sagen, möchte ich das Ganze heller oder dunkler machen. So, also bei den Rottönen haben wir jetzt nicht wirklich hier drin. Aber was wir zum Beispiel drin haben, hier sind viele Blautöne. Und wenn ich die jetzt dunkler mache, dann siehst du, dass jetzt hier in dem Himmel eine ganze Menge passiert. Gehen wir nochmal zurück auf die erste Seite. Hier habe ich nämlich jetzt zum Beispiel auch eine Exposure. Also hier könnte ich jetzt zum Beispiel reingehen und das Ganze noch ein bisschen dunkler machen. Ich kann mehr Kontrast hinzufügen. Das drehe ich jetzt hier mal so ein bisschen weiter rein. Ich könnte die Lichter, das ist jetzt hier auf der rechten Seite, die könnte ich noch ein bisschen abdunkeln. Und gleichzeitig auch die Schatten noch ein bisschen abdunkeln. Dann kriege ich hier noch mehr Kontrast rein. So. Jetzt sieht man hier oben auch, weiß ich nicht, wie gut man es sieht, eins von zwei. Ich kann jetzt hier also noch runterscrollen, indem ich jetzt hier einfach einmal so einen Wisch über dieses Touch-Display drüber mache. Und schon habe ich jetzt hier oben oder hier an den Seiten auch noch weitere Möglichkeiten. Jetzt kann ich hier nämlich die Weißtöne noch bearbeiten. Die könnte ich wieder ein bisschen heller machen. Die Schwarztöne kann ich noch ein bisschen weiter runter setzen. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit noch mit Klarheit zu arbeiten. Baue ich mal auch noch ein bisschen weiter mit rein. Ich kann hier den Dunst entfernen noch ein bisschen reinbringen. Tonung und Dynamik jetzt hier an der Stelle brauche ich nicht unbedingt, weil das habe ich ja hier quasi schon drin. Ich kann jetzt auch sagen hier, ich möchte zum Beispiel das Werkzeug hier den Bereichsreparaturpinsel mal aktivieren. Und dann kann ich ganz einfach hier sagen, ich möchte zum Beispiel diesen Sensorfleck hier mal entfernen. Hier habe ich noch einen Sensorfleck drin. Das nehme ich jetzt hier alles mal raus. Das sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Hier habe ich auch noch einen Sensorfleck, aber ich weiß, dass ich das Bild gleich noch ein bisschen beschneiden werde. Das heißt, den muss ich gar nicht unbedingt rausnehmen. Dann kann ich als nächstes mir hier mal das Transformieren Werkzeug anzeigen lassen. Da habe ich jetzt hier auch wieder verschiedene. Da sieht man jetzt zum Beispiel, könnte man verschiedene Presets anwenden. Zum Beispiel ein 16 zu 10 Format oder auch ein 5 zu 7 Format. Und dann kann ich mir das hier entsprechend noch so ein bisschen zurecht rücken, wie ich das gerade brauche. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Und dann bestätige ich das Ganze einmal. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch sagen, ich möchte dieses Grid an und aus machen. Das kann ich auch ganz einfach hier auf dem Loop Deck machen. Also hier gibt es unglaublich viele Methoden, wie ich das Ganze jetzt hier noch entsprechend bearbeiten kann. Auch direkt mit dem Loop Deck. Ich klicke hier einmal auf Fertig, wenn ich direkt fertig bin. Und jetzt habe ich hier schon ein richtig schönes Bild bearbeitet. Übrigens habe ich mir jetzt hier auch so eingestellt. Auf der 6 kann ich mir das vorher nachher anzeigen lassen. Also so sieht es vorher aus, so sieht es danach aus. Ist auch sehr schön, dass man sich hier die einzelnen Tasten sehr schön einzeln dann hinlegen kann. Ich zeige dir auch mal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Denn ich habe hier oben einmal die Möglichkeit, mir das Loop Deck entsprechend anzuzeigen. Ich habe jetzt hier das Device Loop Deck Live. Und hier kann ich für die ganzen verschiedenen Programme mir jetzt hier quasi, kann ich mir einstellen, wie das Ganze belegt werden soll von den Tasten. Ich habe jetzt hier so eine Standard Applikation drin, wie Premiere Pro, Photoshop, Lightroom Classic, Illustrator. Ich kann aber auch zum Beispiel hier mit Final Cut Pro arbeiten. Oder auch einfach Mac OS. Ja, das heißt, ich kann mir hier zum Beispiel einstellen. Ich möchte mit diesem Drehrad hier die Lautstärke des Rechners einstellen. Ich möchte hier die Helligkeit des Bildschirms einstellen. Ich kann direkt hier auf den Taschenrechner zugreifen zum Beispiel. Und diese ganzen Tasten, die kann ich mir einzeln belegen. Und das geht hier, wie gesagt, ganz einfach. Aber da haben Kollegen schon extra Videos zugemacht. Das möchte ich jetzt hier nicht. Ich möchte das nicht als Tutorial für das Loop Deck verkaufen, sondern möchte dir zeigen, wie die Bildbearbeitung damit geht. Aber nur, dass du weißt, du kannst jede einzelne Taste hier wirklich so belegen, wie du es brauchst. Und das auch wirklich ganz, ganz einfach. Das an der Stelle wollte ich dir nochmal zeigen. Ich für meinen Teil bin jetzt hier erstmal so weit fertig, dass ich sage, ich gehe hier mal auf die 7. Auf die 7, da habe ich nämlich meine Exportfunktion gelegt. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte das Ganze hier noch mit einem Preset exportieren. Oder ich möchte das Ganze auch in Photoshop weiter bearbeiten. Oder aber ich kann das Ganze auch einfach hier mit dem Exportdialog öffnen. In meinem Fall sage ich jetzt einfach mal, ich möchte das Ganze mit Photoshop öffnen. Dann siehst du auch schon, dass das Ganze jetzt hier auf Photoshop geöffnet wird. Photoshop öffnet sich jetzt hier gerade auf dem zweiten Display. Das muss ich jetzt hier einmal rüber ziehen. Und dann öffnet sich das auch gleich hier in Photoshop. Also soviel zu dem Thema. Dieses Loop Deck ist wirklich richtig cool. Gerade wenn man, wie gesagt, mehrere Bilder bearbeiten möchte. Ich muss jetzt hier das Ganze noch einmal bestätigen. So und dann öffnet sich das ganze Bild hier auch in Photoshop. Hier gibt es also auch noch viele verschiedene Möglichkeiten. Aber wie gesagt, in Photoshop habe ich mir das Ganze noch nicht wirklich eingerichtet. Deswegen an dieser Stelle zeige ich dir nur, dass es auch möglich ist. Jetzt haben wir hier ein fertiges Bild. Und ich würde sagen, das kann man jetzt so direkt abspeichern und auch mal direkt posten. Also ich bin sehr, sehr zufrieden insgesamt mit dieser Langzeitbelichtung. Hat so ein bisschen was von Feinart. Ist normalerweise nicht mein Stil. Aber ich dachte mir mal, ich kann ja auch mal was Neues probieren. Und auch mitten am Tag mal fotografieren. Also das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn ihm so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Wie gesagt, wenn du ein Loop Deck gewinnen möchtest, ein Loop Deck Live, dann musst du einfach das Ganze nur unten in die Kommentare posten, dass du mit dabei sein möchtest beim Gewinnspiel. Unter allen Kommentaren verlosen wir dann ein Loop Deck Live. Ansonsten, wie gesagt, wenn du noch Fragen hast, auch gerne unten in die Kommentare damit. Wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Falls du es noch nicht getan hast, kannst du gerne auch den Kanal abonnieren. Dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Ich sage jetzt Ciao, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Fotografieren und Bild bearbeiten.